So, dann werde ich mich kurz und knapp vorstellen, wie es, denke ich, der Landesparteitag sich auch wünscht und es auch in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit angemessen ist. Ich trete an für stabile Finanzen, für eine ordentliche Finanzierung all der Projekte, die die bereits gewählten Kolleginnen und Kollegen aus dem Landesvorstand vorgestellt haben. Ich trete an für eine ordentliche Finanzierung und Planung für den Europawahlkampf, den Bundestagswahlkampf und das ist mir als Kreisrätin auch ganz besonders wichtig, natürlich auch in der Mittelfristplanung für den Kommunalwahlkampf 2026. Ich bin krisenerprobt aus meiner Arbeit im Pflegeheim, habe ich nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie meine Resilienz stärken können. Ich scheue nicht vor intensiver Arbeit und vor allem auch nicht vor Verantwortung zurück. Ich stehe für Kontinuität im Bereich der Finanzen. Mein Name ist Christine Lüttke, ich bin 41 Jahre alt, Alterswissenschaftlerin, mittelständische Unternehmerin im Pflegebereich, seit 2021 Abgeordneter des Deutschen Bundestags und werbe um ihr Vertrauen für weitere zwei Jahre als Landesschatzmeisterin.